So, voll aufgeladen. Boah, was ist denn mit Secret of Ever? Man muss halt auch nochmal kommen, ne? Man muss halt auch nochmal kommen. Bei 8, also Liam kriegt auf jeden Fall nochmal ein Level ab. Was gibt's hier links? Boah, wie viel Wege geht's? Okay, Drache. Ja, ich sag dir das, Silbergecko. Ist ein hartes Los. Leben hat denn der Dude? Der Angriff heißt einfach Drache. Genau, ich versuche ein paar... Aber das ist halt immer... Mo, das ist halt immer teuer, ne? Es ist immer teuer. Aber es ist auch immer gut. Wie riesig ist der Raum hier? Ne, Smash Bros. Melee interessiert mich gar nicht, Silbergecko. Ne, ne, ne. Das finde ich aber uncool, Mo. Das finde ich einfach uncool. Dann sammle ich... Also dann warte ich halt lieber, bis ich ein Schnäppchen bekomme beim Gamecube-Spiel. Heißt nicht, die Wii gehackt ist halt einfach scheiße. Das ist nicht echt. Das ist kacke. Hier im Level-Up. 8 MP, 2 Stärke. So toll nicht. Also die Level-Ups wären halt auch nur so... Naja, Valor kann ich machen. Zack, alle wieder aufgefüllt. Pestizid, auf jeden Fall wieder nutzen. Stripe. Zero mehr. Moinsen. Hello. Hello. Ach, wie viele Türen. Rauchball. Kraftkrank. Ne, ich hab die Originalkassetten. Friday. Ich möchte keine Roms nutzen. Im absoluten Ausnahmefall höchstens. Oh, nicht Angriff. Oh, shit. Ja, super. Jetzt sind beide noch im Leben. Alter, wie viel Damage? Wieder Angriff mit Lufia. Ich bin dumm. Guti. Da bin ich gerade dran. Da bin ich gerade dran. Ich hab mit jemandem bei Ebay Kleinanzeigen geschrieben. Und der würde das inklusive Versand für 35,90 Euro verkaufen. Auf Deutsch. Kartridge. Bepro. Also 30 Euro soll's kosten und 5,90 Euro versandt. Gönn dir. Ja, ja. Ich denke mir so, ha. Ich finde, bei Kleinanzeigen so was ausmachen ist natürlich auch immer ein bisschen... Schallheels. Ich glaube, die helfen nicht. Die hatte ich auch schon mal. Ja. Ne, ist nicht der gleiche. Das war Ebay. Ebay Kleinanzeigen ist ein Privatverkauf. Davon gehe ich aus, Foodie. Da zweifle ich keine Sekunde dran, dass mir das Spiel nicht gefällt. Das wird nicht passieren. Das Spiel wird mir gefallen. Aber ich denke mir so, hu. 35 Euro. Dann denke ich mal, vielleicht kriege ich es noch irgendwo günstiger. Und bis ich es spiele, würde ihn ja auch bestimmt noch so drei Wochen vergehen. Oder vier. Weil erstmal andere Sachen noch Vorrang haben. Und bei Ebay Kleinanzeigen ist es immer schwierig. Weil bei Ebay hast du halt zumindest so eine Art wirklich Kaufvertrag, sage ich mal. Bei Ebay Kleinanzeigen. Ne. Überweis mir mal das Geld und schicke ich dir das Spiel zu. Äh, okay. Magietrank. Das ist in Ordnung. Der Preis ist in Ordnung. Das ist halt so für die ganzen Repros. Äh, habe ich auch für Lufia 1 bezahlt hier. Schon in Ordnung der Preis. Ui, Flammkopf. Spongebob, Flammkopf. Weißsturm. Einfach Paypal nutzen. Weil ich bei Paypal ne... Ja, aber da verstehe ich sowieso nicht. Bist du morgen auf dem Japantag? Ich werde da abends tatsächlich sein, ja? Wieso ist Aguru jetzt gestorben? Ich habe es nicht gesehen. Ich bin tagsüber auf der Tattoo-Convention in Oberhausen. Äh, in Dortmund. Jetzt habe ich wieder Spiegel benutzt. Ich, Otto, ne? Zum Glück treffe ich den. Keine Ahnung, ob das so gilt. Ist das jetzt unendlich? Ich sollte, glaube ich, echt Aguru jetzt retzen. Der hat halt gar keine Magie-Rest. Scheiße, bitte nicht... Ja, hoffentlich geht der Zauber noch durch. Scheiße. Das sind nämlich viele XP. 16.000, Alter. Die hätte Aguru auch brauchen können. Oh Gott. Nee, bin ich hergekommen, ne? Boah, ist das schlimm. Hier den richtigen Weg zu finden, ist, glaube ich, echt fies. Seelenkürbis. Da hinten war noch eine Truhe. Auch wenn ich in der Regel davon ausgehe, dass da nichts Tolles drin ist. Also, ja, Japan-Tag. Äh, im Unperfekthaus-Areno? Nein. Ich bin tagsüber... Bin ich auf der Retro... Auf der... Alter. Der Retro. Bin schon ein bisschen kaputt. Auf der Tattoo-Convention. Ich bin... ...gegrittet. Wer geeist. Und das Wunderkraut ja extrem. Bei den ganzen Kriminellen, genau. So wie es sich gehört. Bei den Knastis. Bei meinen Knastbrüdern. Er tappt, oder? Hoffentlich kein Glut. Das war dumm. Ne, es reicht. Okay, dann ist gut. Superboost. Super war Kraft. Kriegt Aguro. Der braucht auch ein bisschen Stärke. Private Tattoos? Was ist denn ein privates Tattoo? Äh, Max. Also, ich finde, das ist ein bisschen Quatsch. Aber, ähm... Es ist halt schön. Dekorativ und sehr günstig. Intime Tattoos. Ne, hab ich nicht. Also, überhaupt nicht. Außer halt dieser riesige Schlangenschädel. Zwischen den Beinen. Sonst aber nix. Ne, Quatsch. Ultrafile. Super Mario World Lampe im OVP-Lump. Ach, die. Nur nen Schädel. Ja, ja. Flut. Lufia Level Up. Komm, gib ihr nen neuen Zauber. Den Todeszauber. Ich will die Zerstörung. Soll der heißen. Ne, gar keiner. Ja, mach das doch, Max. Es ist halt nicht das Original, aber es ist halt auf jeden Fall schön, weil es keine Gebrauchsspuren hat. Mach's doch. Packst du das da ein und bist glücklich. Und zahlst vielleicht 10 Euro oder so. Mach doch. Was sind die denn? Oh Gott. Todespapst. Oh, jemand hat sich Rage 2 geholt. Die sind ja unbesiegbar. Außer für Aguru. Silence. Das mache ich. Gibt's bei Etsy? Ja, bei Etsy. Stimmt. Dann aus... Ja, da gibt's ganz viel. Ähm, Repro. OVPs, ne? Was ist denn Watz? Das ist danebenhauen. Warte, ich will mal kurz nen Beleber benutzen. Wenn er nicht... Agurus hat immer RIP. Wunderkraut. Wunderkraut. Welche Aufkleber. Aha, da oben ist ein Port. Da ist nur ne Truhe. Ja, ist Schlag. Sehr gut. Ach, das... Achso. Jering-Leveler. Boah, 10 KP-Zmift-MP ist schon mal super. Jetzt noch ein geiler Zauber. 8-Int ist auch ultra krass. Das war ein hardcore gutes Level-Up. Ultra-Bombe. Schund. Rachenfeil. Schund. Ja, der bufft halt Jering super krass. Aber klar. Klar. Der Schwarzring wär gut. Für Aguro. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber der One-Hitted den Papstier. Nein! Der nicht. Aber er würde dafür Attack-Power aufgeben. Und das finde ich halt irgendwie... Das lohnt sich nicht. Aber guckt euch das an. Sobald es um Zauber geht, kriegt er halt doppelt so viel Schaden wie manch andere. Das sieht nach tollen Truhen aus irgendwie. Ultrafile, Kraft-Sirup. Ein richtiger Schund. Hallo 1987er Mike. Fast hättest du das beste Baujahr, das man haben kann. Tut mir leid. Finde ich auch. Damage ist immer besser als Schaden. Äh. Damage machen ist immer besser als Damage einstecken können. Das war eine Weisheit. Damage ist besser als Schaden. 1988. Ne, 86. Bestes Baujahr. 86er ist einfach... Boah. Da ist man ein richtiger... Guter Dude. Kuchen ist immer besser als Cake. Finde ich auch. Viel besser. Und hier brauche ich wahrscheinlich den Schlüssel. Stimmt's? Cake ist besser, Achimo. Boah. Der hat life, ey. Der scheiß Grache. Auf in den Kampf. Ist das vielleicht die letzte Schlacht? Hasslöwe. Oioioioioioioioi. 7800 Aguro nochmal level up, 11kp. Kann er gebrauchen? Zu viele Encounter. Jetzt sehe ich, worauf ich auch noch Bock hätte, auf Mystic Quest, ne? Mystic Quest wäre halt auch noch so göttlich. Oh nein, jetzt kommt der Gewitterspiegel. Der Endzeit-Spiegel. Ja, 87er Mike. Ist wirklich so. Kraftdrank. Die Truhen sind, die Truhen sind leider kein... Ah, die ver... Boah. Die sind nichts, was mich jetzt irgendwie locken. Die Truhen sind mir zu schlecht in dem Spiel. Kein Epic-Loot. Ne, überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Breath of the Wild. Wofür denn eine Truhe holen? Wofür ein Umweg gehen, um eine Truhe zu holen? Da ist immer nur Scheiß drin. Erstschlag. Wow, wer sind denn die? Flucht ist zu gefährlich. Wenn die Flucht misslingt und du wirklich... ...und die Gegner dann einen Erstschlag haben, dann bist du ganz schnell Ripped. Also Flucht kann ich nicht empfehlen. Fall ich da runter? Ich gehe mal davon aus. Ja, Roy, weil du schlau bist. Oh nein, Jeren ist verwirrt. Alter, Luffy heißt Ripped? Ey, das ist wieder ein Tod, ne? Also die Schädel müssen... Alter! Die Schädel müssen sofort vernichtet werden. Liam Level up 9 KP. 5 Stärke. Die Schädel sind brutal. Okay, da erst gleich lang. Erst den Raum nochmal abchecken. Wie heißen die? Humungus. Bester Name. Du bist an der Reihe zu kämpfen und die schlagen dich einfach zwischendurch. Na, es ist doch aber auch so ein System nach Agility, oder? Okay, da muss ich von oben irgendwie fallen. Ne, brauche ich nicht. Viralus. Ich glaube, das killt, wenn ich einfach ansatzweise low bin. Gut, die so bis 19,30. Oh, Humungus bedeutet so viel wie gigantisch. Ja, das passt ja dann zu dem Gegner. Wunderkraut. Oh, Wunderkraut. Hier muss ich oben lang. Das ist eine Hammer-Grafik. Beim zweiten Teil ist es schon nochmal schöner. Da sind die Charaktere, meine ich auch in Erinnerung zu haben, nicht so gestaucht. Na, die sind hier so sehr gestaucht. Als hätten... So, sie sehen alle aus wie Toads. Riesiger Schädel. Aber kein Unterkörper. Glasterturm, zweiter Stock. Wie viele Türen? Äh? Nie im Kreis gelaufen? Mac, Macs, hau rein. Cool, Radtour. Viel Spaß. Mach keinen Unfall. Scheiße, diese Dinger sind ätzend. Da brauchen wir jetzt mal viel AOE-Damage. Die müssen sterben. Alter. Ich glaube auch tatsächlich, die Kampfmusik ist bei Lufia 1 immer die gleiche, oder? Oh, das war nicht so schlau. Nee, Bombe ist auch nix. Gab es überhaupt ansatzweise andere Musik? Ja, bei Bosskämpfen anders. Ja, das stimmt. 9000. Er tappt, oh Gott. Jetzt Aguru kriegt Todes-Damage. Na, geht. Ja, das ist neu, dunkle Wolke. Okay, was ist das hier? Je nachdem, was ich so mache, leuchten die jetzt. Also, jetzt spiele ich Super Nintendo, deswegen leuchten sie in den Super Nintendo Farben. Ich könnte zum Beispiel machen Alexa, Lichter, Playstation. Theoretisch. Alexa, Lichter, Playstation. Wenn ich jetzt Playstation spiele, sieht's so aus. Find ich sehr, sehr cool. Braucht kein Mensch, aber ist nett. Nicht auf den... Ah, Pabstar. Alexa, Lichter, Nintendo. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Lichtnintendo finden. Alexa, Lichter, Super Nintendo. Tut mir leid, ja. Was ist PC? PC. Es gibt noch Gamecube. Gibt's noch. Dann gibt es noch... Mario Maker. Mehr gibt's nicht. Und bunt. Gibt's. Dann sind's random Farben. PC wäre aber eher so grün, finde ich. Mit PC verbinde ich irgendwie immer grün. Xbox grün. Xbox will ich nicht. Xbox ist scheiße. PC lila. Warum? Sorry. Hotznasi. Grau. Aber was ist denn graues Licht, bitte, Cinnamon? Graues Lämpchen? Türkis, warum? Für mich ist PC grün. PC weiß. Bah, wie hässlich es sind. Weiß. Einfach weiße Lichter wären, glaube ich, schon echt übelst hässlich. Moin Marc. Seelenkürbis. Kann ich jetzt nicht alle... Dann müsste ich das über die App machen. Aber es dauert nur eine Sekunde. Ich hab das ja nicht eingespeichert bei Alexa. Moment. Kann ich aber easy machen. alle... Weiß. Gut, so hässlich gar nicht mal, ne? Oder? Das passt auch eigentlich zu Super Nintendo, ne? Zu dem Grau einfach. Könnte man es ein bisschen dunkler machen? So in... So? Hm. Lärin Level ab. 8 MP, 4 Int. Sieht irgendwie gut aus. Das stimmt. Muss ich zumindest mal einspeichern. So. Vitalis auf Liam. Jetzt brauchen die gleich noch ein bisschen Wunderkraut. Ja, dann ist es gut, Marc. Kasse Scheiße. Wie gesagt, ich hatte echt Glück. Oder was heißt, ich hatte... Ich hatte nicht Glück, sondern... Ich hatte noch nie Probleme. Ich kann es halt auch bunt... Ich weiß auch nicht, dieses bunt leuchten finde ich halt eigentlich auch nicht so ganz scheiße. Also so. Dass die Farbe wechselt. Probier mal schwarz, das geht nicht. Schwarz kann ich nicht auswählen. Ich kann alles machen. Sieben Farben Strobo kann ich auch machen. Aber das ist zu kurz an. Oh ne, das ist schlimm. Ich mach wieder Alexa. Lichter, Super Nintendo. So, Wunderkraut. Wo bist du? 36, volles Mana, zack. Yerin, volles Mana, zack. Lufia, volles Mana. Es sind... Boah, ich hätte einen Link. Jetzt nicht... Äh... Jetzt nicht per... Per... Kann ich aber auch mal in den Bot einfügen. Das sind ganz normale LED-Streifen. Die kosten 30 Euro und haben eine WLAN-Verbindung. Und ich hab in jedem Regal... Und vor mir, das seht ihr nicht... Ist auch nochmal ein Regal. Da ist das auch noch drin. Das war's. Natürlich in jedem einzelne drin. Amazon findet man die super easy 30 Euro. Nichts besonderes. Aguru nochmal Level Up. 9 HP mehr. Was ist das? Ist der dritte Stock? Blasterturm, dritter Stock. Ich glaub, der Turm ist ganz schön groß. Das sind immer 5 Meter. Cassie. Einfach immer 5 Meter. Und die passen genau in so ein Billy-Regal. Also im Prinzip gehen die einmal rum. Das sind genau die Maße von einem Billy-Regal. Also der Umfang eines Billy-Regals sind in etwa 5 Meter. Von dem hohen Billy-Regal. Ich hab mal was. Nein. Noch höher. Wie viele Etagen hat dieser Turm? Ultrabombe. Braucht keiner. Was ist hier? Ein komischer Teppich. Mehrere Teppiche nebeneinander und übereinander. Der Korridor des Todes. Tornado. 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 Ja, Dark. Hast du sie jetzt angeschlossen und so? Hast du auch das Netzteil benutzt und so weiter? Wow, der macht einen Eissturm, der ordentlich reinhaut. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich einfach anders an als auf dem Emulator. Kann man mir sagen, was man will. Fünf, acht. Geil. Ja, ist einfach Hammer. Nachtring. Aha. Nachtring. Was macht der Nachtring? Auf jeden Fall, äh, jetzt heckt die Krass runter. Strudel Feuerwalze, um Gottes Willen. Hallo Noah. Ja, sagt ja, Emulator ist anders. Jetzt reagiert alles so schnell, ne, Dark? Ist geil. Okay, was auch immer der Nachtring macht, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schade, das ist auch, das ist eigentlich das größte Manko an dem ersten Teil hier, dass an Items keine Beschreibung steht. Das ist ein No-Go, meiner Meinung nach, bei dem Spiel. Du weißt halt nicht, was die Items machen, überhaupt gar nicht. War ich hier nicht schon? Erstschlag. Alter, was sind das für Gegner jetzt? Sandmatsch. Neuntausend. Gegengift. Dieser letzte Turm ist nochmal gigantisch. Wenn man hier stirbt, ist das, glaube ich, bitter. Möchte ich jetzt einfach mal sagen. Da wieder hoch. Dass man so langsam läuft. Ich weiß nicht, ist das beim anderen Teil anders? Also in Städten läuft man ja sehr schnell. Ich weiß nicht, ist das beim anderen Teil des Spiels. Ich weiß nicht, dass ich das für alle, die Abentee der Abentee, das ist das bei der Abenteeinigung. Und das ist das für alle, die Abenteeinigungen zu verraten. Oh, okay. Ja, das stimmt, Luffy. Dein Name ist ja angelehnt an Luffy. Ja, nein, oder? Das wäre ja lustig. Wir haben Level Up, 6 KP. Gar keine Stärke. Wow. Tolles Level Up. Das ist der Teleporter. Okay, aber die sind sehr harmlos. Sag ich mal. Die Tornados hier und Strudel und Wirbel und was es denn hier alles gibt. Klar, fünfter Stock. Todes Papst, beste Gegner. Bewusel, hab ich dir, Schö. Äh, nein, noch nicht. Bin so am Schwitzen. Hier ist es gar nicht so warm. Dass man zu Retro Games gut pennen kann. Ja, was ist denn ein schöneres Kompliment, als dass man bei meinem Stream einschläft. Doch perfekt. Das ist doch perfekt. Die Schalter beeinflussen den Warp. Nur welcher führt zur Todesinsel? Was ist denn Formel E? Jetzt sag bitte nicht Formel 1. Jetzt muss ich das echt... Oh, lernt Valor. Wer hat das gelernt? Wer hat den Level Up? Valor ist ein super kranker Zauber. Ja, sie kann Valor. Oh mein Gott. Der einzelne Schalter setzt die anderen drei zurück. Woher soll man das wissen? Nur einer der drei Schalter führt zum Ziel. Gruß aus Bremen. Gruß nach Bremen. Oh, wie schön Bremen. Alter, aber du immer gewinnst ihn. Du bist ja so ein richtiger Gewinnspiele-Mitmacher, ne? Der immer gewinnt. Hallo Nordi. Sechster Stock. Der immer gewinnt. Okay, das wäre kein schlechter Teleport. Scheiße. Du bist überladen. Mit Schund. Obstler. Betäubungsfall. Ist nicht wahr, dass man jetzt komplett hoch muss, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Ich will... Also ich muss komplett hoch wieder. Also das ist schon ein bisschen bescheuert. Kannst du gut leveln. Ich will nicht leveln. Ich denke, ich bin kurz vor dem Ende bei dem Spiel. Was will ich denn leveln? Nee, Herr Kachster. Ich muss am Ende, muss ich mich für einen von drei Teleportern entscheiden. Und nur einer führt zum Ziel. Und die anderen führen zum Eingang. Oh ja, noch eine Truhe. Okay, hey. Ultra Pfeile. Boah, ist das bitter. Will halt nicht mehr leveln. Pestizide sind aber schon aktiv, oder? Weil ich so lange keins mehr benutzt habe. Ja, ganz rechts habe ich genommen. Das weiß ich. Die Frage ist, ob es auch Kombinationen gibt von Schaltern. Oh, jetzt fängt es ja richtig an zu regnen gerade. Crazy. Hello, Torque. Dieser Yoshi-Mode ist, dieses Yoshi-Mode ist das schönste. Nee, so heftig ist es gar nicht. Guck mal, das sind vielleicht so 10 Encounter. Ja, Torque. Da kann man einfach hinspazieren. Am 16.06. Da muss man nichts kaufen. Als sei denn, man will mitmachen. Hier könnte aber Eissturm gut sein, gegen die... Habe ich irgendwie so gegen Schlamm? Ist doch Eis bestimmt gut. Nee, doch nicht. Da hätte ich lieber mit meinem Pfeil schießen können. Alter, es fängt gerade so heftig an zu stürmen draußen. Was ist denn jetzt los? Ach, geil, Torque. 16. Merkt ihr das? Freut mich. Freut mich über jeden, der kommt. Gewitter in Essen? Hm, Bricke. Findest du am besten? Boah, ich glaube, so Secret of Mana war schon ein Highlight. Terranigma fand ich auch ultra geil. Das hat ja auch eine geile Story. Hat auch eine richtig gute Story, Terranigma. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Was ist denn das? Soll ich da drauf gehen? Oh, hier kann ich mich nochmal heilen. Praktisch. Ja, ist jetzt die Frage. Ich hab den dritten Schalter genutzt. Die Frage ist, ob es Kombinationen gibt. Das könnte halt auch sein, ne? Dann wär's halt super heftig. Dann wär's einfach richtig schlimm. Wenn ich jetzt sagen könnte, 1 und 3 muss ich aktivieren oder so. Dann muss ich hier bestimmt noch 5 mal hoch. Ernsthaft? Könnte das richtig sein? Oh Gott, das sind ganz fiese Gegner hier. Muss erstmal auf die gehen. Weil die sind einfach zu assig. Dann kommt Illusion of Time, ja. Kann ich jetzt so nicht sagen. Noch viele Spiele in der Warteschlange quasi. Jetzt gewittert's auch noch. Hier kommen wir drunter. 10.000 Erfahrungen. Unglaublich. Ne, das ist nur der kleine Shortcut hier. Okay. Das ist schon mal gut. Müsste so reichen. Musik kann abwerden, ja. Story-technisch grauenvoll. Kann ich gar nicht beurteilen, Roy. Aber es war halt optisch schon eines der schönsten Spiele für den Super Nintendo. Musik kann abwerden, ja. So, jetzt alle. Sind alle Knöpfe richtig? Das ist schon ganz schön weit unten jetzt wieder, ne? Wo ich jetzt war. Übel, ey. Was ist das denn für ein Rätsel am Ende? So zieht man ein Spiel in die Länge. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt's eben auch nicht. Lass es mal... Weg sein, ne? Liem, 6 KP, 4 Stärke. Okay. Oder, warte mal. Wenn ich drei Schalter habe und ich immer nur ein und aus habe, können es nicht so viele Möglichkeiten sein. Na, hier lande ich bei einem. Das ist halt nicht ganz so schlimm. Ja, ich bin nicht immer ganz unten. Ich glaube aber, ganz am Anfang war ja noch eine Truhe. Das könnte es noch sein. Und ich glaube, die Truhe ist, wenn ich nur den ersten drücke. Nee, Fry for Fight habe ich nicht. Die sind relativ stümperhaft dahinter gelegt einfach. Also ich habe das so gemacht. Also ich bin quasi hinten an die Wand gegangen. Oben im obersten Regal. Aber das sieht man ja eh nicht. Es geht ja nur darum, dass das oberste Regal auch beleuchtet ist. Ich weiß gar nicht, ob der der richtige Weg ist. Und ich glaube, mein Pestizid ist aufgebraucht. Was machst du denn in Gelsen, Vanessa? Was gibt es da? VX Friday. Danke für den zweiten Monat. Habe ich dir dafür bedankt? Das war 37 Minuten. Ich glaube nicht. Hui. Okay. Das geht schlechter. Ja, das glaube ich. Wann fängt das an und wann seid ihr da? Wothclaw, hallo. Sehr gut geht's. Ich weiß nicht, war es der rechte Raum, der linke? Boah, Alter, das ist aber jetzt hier nochmal ein Finale, sage ich mal. Nicht ohne. Der Dien hat Erfahrung mit dem RPG-Maker. Vielleicht auch noch sonst wer, aber von dem weiß ich's. Ja, alle könnte ich halt noch ausprobieren, ne? Sechster Stock. Alle war auch nicht gut. Nee, alle war nix. Okay. Eins und zwei. Das sieht erstmal gut aus. Nee. Nee, das war auch nix. Ich weiß wieder nicht, ob links oder rechts. Okay. Die beiden. Die fühl mich auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Und viel mehr Möglichkeiten gibt's ja kaum noch. Kannst du nur zwei nehmen? Ja, ich kann alle Möglichkeiten, muss ich durchgehen. Also ich hatte alle. Ich hatte keinen. Hatte ich noch nicht, oder? Oder doch? Ich hatte die beiden äußeren. Ich hatte eins und zwei. Jetzt hatte ich zwei und drei. Viel mehr geht nicht. Das muss es fast schon sein hier. Kein Schalter würde noch gehen. Lufia, elf Mana, zwei in. Maguro. Okay. An allen Tagen, Vanessa. Wenn ich hier runterspringe, komme ich bestimmt zu der Truhe unten. Was ist das denn jetzt hier? Bin überladen. Was ist denn Flasche? Weg. Oma-Ring. Weg. Ohrläppchen. Weg. Grünring. So ein Schrott. Nutze ich hier eh nicht mehr. Na, die sind natürlich was wert. Aber wofür brauche ich Geld? Powerboost? Wunderkraut? Wunderkraut? Aber es geht nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Superboost? Turboboost? Wir leben. Ja. Ja. Riege. Sehe ich auch so. Bisschen zu viel. Wo ist mein Pestizid? Wo ist mein Pestizid? Da unten. Wunderkraut? Wunderkraut? Seelenboost? Zauberboost? Also krasse Boosts nochmal. Zauberboost ist Mana. Kriegt Järin. Seelenboost ist Int. Ist Lufia. Turbo ist Agility. Kann auch Lufia haben. Super ist Kraft. Liam. HP. Kriegt Lufia. Oder ich muss hier runterspringen. Und ansonsten, welche Kombination gäbe es noch? Ich hatte alle Knöpfe. Ich hatte außen die. Ich hatte nur die zwei, hatte ich glaube ich nicht, oder? Nur den zweiten. Bin ich wieder hier? Gibt's da nicht. Ne, da muss ich nicht lang. Keinen. Ja, keinen hatte ich noch nicht. Aber ich wette, keinen macht man am Anfang. Und man kommt einfach nur auf die scheiß Insel mit der Truhe. Ganz unten. Am Eingang. Er tappt ist so brutal, wenn das passiert. Jetzt guckt euch mal den Damage an. Wenn die das alle drei machen würden, wäre ich tot. Die machen das jetzt zu dritt. Deswegen sage ich ja, fliehen, immer versuchen, ist sehr brutal. Eins und drei hatte ich schon, würde ich jetzt mal sagen. RC McLeod wird es mir aufschreiben sollen. Wo geht's denn jetzt lang? Bist du sicher, 65? Zwei alleine hatte ich nicht. Und keine hatte ich noch nicht. Aber ich wette, keine wird es sein. Du hattest alle. Ne, du hattest, ach, nur den Außen. Den hatte ich am Anfang. Dann hatte ich die. Dann hatte ich die. Und dann hatte ich alle. Das heißt, eins und zwei hatte ich auch noch nicht. Ich denke schon, Wrothclaw. Und schon ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich habe sehr viele Spielstunden in das Spiel gesteckt. Arre, Q. Danke, mein Lieber, für 14. Schon eine Weile. Dankeschön. Also ich hatte noch, auf sicher hatte ich noch keinen. Hatte ich auf keinen Fall. Aber wenn es keiner ist, das wäre halt so super dumm. Das glaube ich einfach nicht. Oh Gott, oh Gott, vier von denen. Das wird jetzt echt ekelhaft. Oh mein Gott. Ja, außer Lebenszeit, Akasa. Danke, Daxos. Tschüss, Ikowski. Danke. Na, das war jetzt harmloser, als es hätte sein können. Ne, in dem Spiel ist fliehen echt brutal. Du bist ripped danach. Kein Schalter. Und ich sage, kein Schalter ist... Ich wusste es. Alter. Alter, komplett hoch wieder. Was will das Spiel mit mir machen? Muss es sein? Muss das sein? Ey, das ist so retro. Das ist bösartig retro. Jetzt regnet es nicht mehr. Ach, kann ich den Fluchtzauber in Fight nutzen und bin dann sicher geflohen? Er tappt. Er tappt ist halt nie gut. Kann ich mal ausprobieren. Nee, geht nicht. Ach ja. Ja, cool, Gecko. Wie lange bin ich jetzt im letzten Dungeon? Bestimmt eine Stunde. Hasslöwe noch mit alter deutscher Rechtschreibung. Höpfh. Shecht bag Rự. 2 positive. Desperjolt. Lyinä ist Paul Perfasan superoro. Naomi.